Die Aktion ist eine wirklich sehr gute Möglichkeit, die Drogenprävention auch unter junge Menschen zu bringen. Die Aktion verwendet die jugendliche Sprache und hat daher auch die Zielgruppe fest im Blick. Gerade für mich als Leiter der Kriminalpolizei Weiden ist Drogenprävention eine essentielle Aufgabe. Wir als Polizei sind ja in der Regel nur für Repression zuständig, aber gerade deshalb weiß ich, wie wichtig das Prävention ist. Und ich befürworte daher und unterstütze daher auch die Aktion des Kreisjugendrings.